Da sieht man die Venus. Das ist im maximalen Zoom. Und ein ganz bisschen kann man das erkennen mit der Venus. Merkur müsste ja auch noch in der Nähe sein. Auf Merkur-Suche gehen hier. Hier ist Merkur sichtbar. Da ist ein Objekt sichtbar. Da ist Merkur. Jetzt mal ein bisschen rauszoomen. Da ist Merkur rechts. Und dann müssen wir weiter rauszoomen. Venus ist dann links. Merkur sieht man jetzt so gut wie gar nicht. Da haben wir links da Venus sichtbar. Und jetzt wieder zum Merkur hinzoomen. Der war ja irgendwo hier in der Nähe. Da ist Merkur. Jetzt wird er gleich besser sichtbar sein. Die Venus kann man ganz gut erkennen vom bloßen Auge. Aber Merkur ist nicht so schnell sichtbar. Aber hier sehe ich jetzt nochmal beide Objekte. Oder hier sind beide Objekte sichtbar. Links ist Venus und rechts Merkur. Sind beide Objekte erkennbar. Heute ist der 17. Januar 2015. Vor 30 Tagen habe ich auch schon Aufnahmen getätigt. Die sind einst leicht verruckelt. Könnt ihr aber gerne sehen auf meinem Kanal. Aber ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat. Da mit Venus und Merkur. Und lasst das hier nochmal sozusagen als Zeitraffer mal kurz laufen. Bis zum nächsten Mal.